Dich quälen immer wieder Schmerzen im rechten Schulterbereich? Du hattest schon Physiotherapie, Massagen, machst regelmäßig Übungen und es kommt einfach immer wieder? Wenn deine Beschwerden wirklich immer wieder kommen und sehr hartnäckig sind, dann kann die Ursache für diese Schmerzen ganz woanders liegen. Bevor wir dir allerdings verraten, um welches Körperteil genau es sich handelt, möchten wir einmal noch mal ganz stolz verkünden, dass unser allererstes Buch jetzt vorbestellbar ist. Der Titel lautet Superpower Atmung und es ist genau diese Atmung, die wir ganzheitlich betrachten, so wie du es von uns kennst vielleicht, wenn du unsere Videos regelmäßig schaust. Und wir bringen die Atmung in Bezug zu verschiedensten Körpersystemen und Beschwerden und zeigen dir ganz viele einfache und alltagstaugliche Übungen, mit denen du über die Atmung einen positiven Einfluss auf deine anderen Körperteile erreichen kannst. Den Link für die Vorbestellung packen wir dir einmal unten in die Videobeschreibung. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema Schulterschmerzen rechts. Und zwar können die Schmerzen an unterschiedlichen Stellen im Bereich der rechten Schulter auftreten. Das kann zum einen der Muskel sein, der vom Schulterblatt hier hochzieht Richtung Kopf. Das ist der sogenannte Musculus Levator Scapulae, also der Schulterblattheber. Und der ist zum Beispiel prädestiniert für Probleme mit der Gallenblase. Sitzen die Schmerzen eher so am rechten inneren Schulterblattrand, also quasi zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt, das ist eher die Zone für Stress der Leber. Das Ganze kann sogar noch weitergehen. Das kann zum Beispiel auch Kopfschmerzen machen oder auch Kieferschmerzen auf der rechten Seite. Das hat dann etwas mit dem Gallenblasenmeridian zu tun. Die Meridiane kennst du vielleicht aus der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin. Dann kann natürlich auch das Schultergelenk selber betroffen sein, dass das schmerzhaft ist, oder auch Ausstrahlung bis in die rechte Hand. Das heißt, unsere Hauptübeltäter sind tatsächlich Leber- und Gallenblase. Eine Ursache kann zum Beispiel eine Fettleber sein. Das muss nicht unbedingt nur übergewichtige Menschen betreffen, sondern das kann auch bei schlanken Personen auftreten. Die Fettleber entsteht natürlich auch wieder durch unterschiedliche Ursachen. Häufig ist natürlich die Ernährung da ein Thema. Jetzt fragst du dich natürlich, was du dagegen machen kannst. Da gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Letztendlich ist unsere Intention, irgendwie den Leber-Galle-Stoffwechsel zu unterstützen, die Leber zu entlasten, da die Leber ja unser größtes Stoffwechselorgan ist und vor allem auch für ganz viele Entgiftungsprozesse zuständig ist. Und was du machen kannst, das erklären wir dir jetzt. Was du als erstes probieren kannst, das wäre eine Art Akupressur oder ein Druckpunkt unterhalb des rechten Rippenbogens. Das heißt, du würdest mit den Fingern beider Hände wie eine Schaufel unter den rechten Rippenbogen gehen und den Druck für circa ein bis zwei Minuten halten. Häufig ist es so, wenn du gerade akut Schulterschmerzen hast, dass die Schmerzen sogar innerhalb dieser Zeit plötzlich verschwinden oder deutlich besser werden. Der Druck in dieser Region ist häufig auch etwas unangenehm. Das kann auch manchmal so ein Gefühl von Flauigkeit oder Übelkeit hervorrufen. Das hat einfach mit dem Druck dann auf die Gallenblasenregion zu tun. Aber du kannst es einfach mal für dich austesten. Auf der Ernährungsseite solltest du versuchen, viel mehr grünes Blattgemüse zu dir zu nehmen. Das ist vor allem sehr, sehr gut für die Leber. Besonders zu betonen werden da halt Kreuzblüter. Das ist halt vor allem so Kohlgemüse, Grünkohl zum Beispiel, Rosenkohl, Brokkoli. Und das kannst du auf jeden Fall versuchen, mehr in deine Ernährung einzubinden. Dann solltest du vorsichtig sein, nicht zu viele Nüsse zu essen, weil die Nüsse auch sehr, sehr belastend sind aufgrund ihres hohen Fettgehalts für Leber- und Gallenblase. Fette, die für die Leber- und Gallenblase nicht so belastend sind, wären zum Beispiel Kokosöl oder auch Butter. Das heißt, du solltest versuchen, wenn du damit kochst oder brätst, einfach auch eher auf diese Fette zurückzugreifen. Außerdem solltest du darauf achten, vor allem die Kohlenhydrate zu reduzieren. Ausnahme wären da halt Gemüse. Aber die Kohlenhydrate zum Beispiel aus Brot, aus Nudeln, aus Kartoffeln, aus Reis, natürlich aus Süßigkeiten, solltest du erheblich reduzieren, weil diese vor allem die Hauptursache sind dafür, dass sich eine Fettleber dann entwickelt. Eine richtige Wunderwaffe gegen eine Fettleber, aber einfach auch durch die ganz vielen zahlreichen positiven Effekte, die dadurch entstehen, ist das Intervallfasten. Das kennst du vielleicht als 16 zu 8 Fasten und es macht auf jeden Fall Sinn, zwischen 16 und 20 Stunden zu fasten jeden Tag. Du kannst dich ja vielleicht auch nochmal mit dem Thema etwas mehr auseinandersetzen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Wir haben dazu schon einige Videos auf unserem Kanal erstellt. Die kannst du einfach mal suchen. Oder ansonsten liest du dich so in das Thema ein. Es hat, wie gesagt, unheimlich viele positive Effekte, was den Stoffwechsel angeht, was Entgiftungsprozesse angeht. Und vor allem ist es eigentlich das Wundermittel, um gegen eine Fettleber anzugehen. Dann kannst du natürlich auch noch auf der Nährstoffseite deiner Leber und deiner Gallenblase etwas Gutes tun. Unterstützend wirken vor allem Magnesium und Kalium, alle B-Vitamine, Cholin, Selen und Schwefel. Da kannst du entweder schauen, ob du versuchst, diese Nährstoffe mehr über deine Ernährung einzubinden, oder du nimmst einfach die passenden Nahrungsergänzungsmittel. Empfehlungen unsererseits packen wir dir einmal auch unten in die Videobeschreibung, genau wie unseren Link für die Vorbestellung unseres Buches. So, damit sind wir am Ende dieses Videos. Falls dir das Video gefallen hat, du gerne mehr zum Thema ganzheitliche Gesundheit sehen möchtest, lernen möchtest, dann freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wenn das Video für dich spannend war, hinterlass gerne ein Like. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.